Jetzt um ein elfjähriges Mädchen, das nur einen Traum hat, Sängerin werden. Mittlerweile ist sie 19 Jahre alt und ich möchte mal so sagen, das läuft. Hier ist die echte Geschichte, das echte Märchen von Jennifer Haben. Dieses Video sollte der Startschuss zu Jennys großem Traum werden. Damit bewarb sie sich für die wohl härteste Castingshow, seit es Fernsehen gibt. Kika Live sucht die beste Stimme. Kann ich die mal ohne mich hören? Ja, ja, schon damals beeindruckte sie die Stars. Und das Publikum. Jenny wurde zur besten Stimme 2007 gewählt. Jenny! Da klappt es mal ruhig! Sie war damals elf Jahre alt und das war erst der Anfang. Denn mittlerweile ist sie 19 und hat sich ihren großen Traum erfüllt. Ja, und heute ist es soweit. Heute feiert Jenny eine Premiere, ihren ersten Live-Fernsehauftritt. Und ihr Song ist mindestens genauso aufgeregt wie sie selbst auch. Denn auch der ist zum ersten Mal im Fernsehen. Der heißt Love Me Forever. Hier ist Jennifer Haben. Love Me Forever. Oh, not at all. And I'm a tether, backs to the wall Give me your hand, don't you ever ask why Promise me nothing, live till we die Everything changes, it all stays the same Everyone guilty, no one to blame Every way out, brings you back to the start Everyone dies to break somebody's heart We are the system, we are the law We are corruption, warm in the core One of another, love till you cry Faith unto death, or a knife in your eye Everything changes, it all stays the same Everyone guilty, no one to blame Every way out, brings you back to the start Everyone dies to break somebody's heart Love me or leave me Tell me no lies Ask me no questions Send me no spies You know love's a thief Stay your heart in the night Slid through your fingers You know love's a thief You know love's a thief Everything changes, it all stays the same Everyone guilty, no one to blame Every way out brings you back to the start Everyone dies to break somebody's heart Jennifer Harden mit ihrem ersten Live-Fernseh-Auftritt Wir gucken mal ganz kurz auf die Bühne und fragen, wie war es? War mega geil, wirklich aufregend Aufregend und das Publikum ist mega Und die kann nicht nur so ganz hart, ne? Ja, herrlich, hat sie super gemacht Und wo wir gerade hier dieses wunderschöne, gutaussehende Mädel auf der Bühne hatten Ich habe auch ganz viele hinter mir Wollen wir ein Selfie machen? Hashtag Laterne14, damit Sie es zu Hause nicht vergessen Wir warten ja auch noch auf Ihre So Mädels, sind wir alle drauf? Okay, eins, zwei, drei Also ihr seht super aus Ich habe ein bisschen Wasserkopf, wenn man sich das so anguckt Also, Jenny hat gerade so schön zart gesungen Jetzt wollen wir Ihnen eins aber nicht hier verheimlichen Vorurteilen Ja, sie hätte auch ganz anders gekonnt Dann gucken Sie mal Bevor Sie hier bei uns Ihren Live-Fernseh-Auftritt hatte Hatte sie bereits ihren Auftritt beim Wacken-Festival Ja, das machen wir dann nächstes Jahr, oder? Ja, mega Also ein Mädchen, da geht, glaube ich, noch was Das war nicht so Vielen Dank.